Hallo ihr Varos, wir von der Braunpilzarmee haben heute unsere letzte Varotop-Liste für euch. Besser gesagt, sind es gleich vier Listen. Wir haben jeden, den wir vom Team auftreiben konnten, gefragt, welche Teams er am liebsten mag. Und hier sind unsere Top 3 Varotop-Lieblingsteams. Horst, am liebsten mag ich Lord Schnecken. Seid ehrlich, es gibt niemanden, der netter, sympathischer oder lustig tollpatschiger ist als der Zimbelmann und Mordaro, die wandelnde Schnecke. Platz 2 ist bei mir Gommwaffel. Sie sind nicht die sympathischsten, aber nah dran und sehr witzig. Außerdem... Platz 3 ist bei mir verpeilt. Naja, so wie ich halt. Ein bisschen, äh... Weg von der Spur. Außerdem bringen sie neues Blut in Varro, was ich sehr gut finde. Nun kommen meine Top 3. Ganz oben auf meiner Liste steht natürlich Skill. Basti, GHG und Vini sind da einfach eine Klasse für sich. Platz 2 belegt bei mir Steckspad. Denn die sind auch ganz gut. Und der dritte Platz ist bei mir Moorcast. Weil die irgendwie eine besondere Ausstrahlung besitzen. Hallo, ich bin Andy. Und mir geht es in Varro vor allem um Gewitztheit. Da kommt Team Technik natürlich ganz nach oben. Außerdem sind sie gewaltfrei, was ich lobenswert finde. Platz 2 ist bei mir Nyssa Dyssa. Der militärische Drill eines Sergeant und die Listigkeit eines Schullehrers. Perfekt. Platz 3 ist bei mir Steckspad. Denn auch Tim und Stegi haben einiges in ihrer Trickkiste. Mit Tims Fallen aus dem letzten Varro war nicht zu spaßen. Die, ähm... Der Platz 1 bei mir ist natürlich die Chaos-WG. Mir geht es bei Varro vor allem um Spaß an der Sache. Und Spaß hat man mit Palüten und Reh wie immer. Platz 2 ist bei mir unfacebar. Das Ungeducht dabei ist, das war eine erfreuliche Überraschung für mich. Geteamt mit Fasen ist das eine gute Kombination. Und Platz 3 ist bei mir verzögerte Tumor. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Tumor-Action. Der dürflich witzige GLP und der leicht verzögerte Dario machen da einen perfekten Zusammenschluss. Was haltet ihr von unseren Listen? Welches ist euer Lieblingsteam? Schreibt's in die Kommentare und wir werten dann aus, wer die beliebtesten sind. Auf ein spannendes Varro. Armee Ende. 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 Armee Ende.